Ein Ford Car ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017